Ein Ding da spielen oder auch schießen. Wie wär's denn mit dir? Du siehst so ausgeholt aus, mein Sohn. Wie wär's denn? Wie wär's denn? Backe! Nicht doch, mein Sohn. Muss denn das sein? Na, was ist mit deinen Nerven? Mach schon. Na? Geh auf! Geh auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Bravo! Cheyenne, wir haben dich überall gesucht. So, ihr habt mich gesucht. Und ich habe im Knast auf euch gewartet. Aber verlass dich auf andere und du bist verlassen. Den Revolver. Gefällt dir der Stoff nicht, Mundharmonika? Ja. Kommt mir bekannt vor. Ich habe schon mal drei solche Mäntel gesehen. Sie haben am Bahnhof auf jemanden gewartet. Na und? In den Mänteln waren drei Männer und in den Männern drei Kugeln. Oh nein, da irrst du dich, Mundharmonika. Merk dir zwei Dinge. Erstens, wenn es Männer gibt, die in dieser Gegend lange Mäntel tragen, dann gehören sie zu meinen Leuten. Verstanden? Und zweitens, meine Leute begehen keine Massaker. Hast du das begriffen? Ja. Verstehst du was von Musik? Ja, das ist erstaunlich. Und bis zwei zählen kannst du auch nach Donnerwetter. Sogar bis sechs, wenn es sein muss. Aber nur mit dieser Rechenmaschine hier. Ja, ja, spiel schön, Mundharmonika. Dann hältst du wenigstens das Maul. Wer hier draußen falsch kombiniert, lebt nicht lange. Hm. Vergiss das nie. Und jetzt kommt aus New Orleans ein Brief nach dem anderen. Komm, hilf mir in der Bar. Du kannst doch hier eine Menge Geld machen. Du wirst ein reicher Mann. Und eine Stadt, das ist nichts für mich. Da gibt's so viel Gesindel, Diebe, Mörder, Uhren. Oh, Entschuldigung, Sie meine ich natürlich nicht damit. Nein, ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen. Ich bin hier zufrieden.